ja grüßt euch leute hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal ja es war eigentlich für heute kein video mehr so weit geplant allerdings bin ich gerade eben durch zufall war wirklich an der zufall auf was gestoßen was eventuell auch euch beziehungsweise dich betreffen könnte und zwar geht es um boxy boxy hat am 12 april den air drop gestartet und ich habe das nicht wirklich mitgekriegt ich habe es nur gerade eben gesehen und ich dachte das ist hier los wo kommen auf einmal die toten her naja und zwar geht es um boxy ich habe vorhin meine metamask wallet aufgemacht und bin mal versehentlich ins linea mainnet reingeswitcht keine ahnung warum ich das mal eingebunden hatte und habe dann gesehen 5000 boxy bei mir im account denkst du okay wo kommen jetzt auf einmal die 5000 boxy quasi her da habe ich mal ein bisschen gegoogelt nach recherchiert und so weiter und so fort und zwar gab es ein airdrop am 12 april wenn ich das hier richtig sehe muss wurde ab also der airdrop stattgefunden haben insgesamt haben 100.000 metermask wallets diesen airdrop letztendlich bekommen und wir auch und deswegen wahrscheinlich ihr auch das heißt irgendeiner von euch deswegen schaut einfach mal nach wird den airdrop wahrscheinlich auch bekommen haben ihr geht hier oben ins netzwerk linea netzwerk rein wenn es nicht drin habt metermask bindet euch ein bisschen glück habt ihr auch die 5000 boxy ist drin vielleicht auch mehr kommt immer darauf an wir haben es auf jeden fall bei uns da nach 5.000 boxy wer weiß was das wieder wenn es geht mir so irgendwas ihr wisst ihr wisst ihr wie es ist aber nein boxy ist tatsächlicherweise eine crypto währung die aktuell also die auf dem markt ist und ihr seht ihr aktuell den kurs knapp 1 cent oder 1,6 cent aber 5000 da haben wir jetzt aktuell 5.000 79 dollar und 16 cent was wir als airdrop bei uns reinbekommen haben sozusagen das interessante an der ganzen geschichte ist ich switch einfach mal auf unser demo wolle die auch mit eingebunden ist und siehe da auch hier haben wir 5000 boxys also noch mal knapp 80 dollar in der dritten wolle die mir hier eingebunden haben das ist erst eine test wolle bei uns vor kurzem ist es nicht drin aber auf unsere beiden anderen accounts ist es definitiv drin und das finden wir relativ gut weil ich werde einmal 5000 boxys behalten und einmal 5000 boxys wetten oder schwappen ist ja richtig im griff ja also linear mainnet einbinden die offizielle website dazu ist wie like the fox.io packe ich euch eine video beschreibung rein weil sie noch tun müsste um ihren transfer durchführen zu können ihr braucht natürlich ein bisschen was an ethereum hier drin das ist halt eben die näher ethereum ich habe das folgendermaßen gemacht ich habe das rein gepritscht das bedeutet ihr geht auf bridge könnt halt eben dann euch aussuchen wenn ihr zum beispiel ein bisschen was auf polygon liegen habt ihr polygon nach linear und dann müsst halt eben hier ich habe 12 us ct rüber geschoben habe jetzt natürlich keine us ct mehr haben weil ihr braucht mindestens 10 us ct ausgewählt 12 dann braucht ihr drüben auf der seite diese ethereum seht ihr hier ihr seht jetzt hier nicht genug fans drin also quasi es reicht nicht mehr ich habe keine 12 us ct mehr drin aber ich habe halt eben die 12 us ct rüber gebritzt quasi zu linear ins netzwerk und die waren halt eben dann auch relativ schnell da seht ihr hier die 12 dollar die ich rüber gebritzt habe sind jetzt hier da und man hat jetzt auch die möglichkeit den direkten swap durchzuführen hier das heißt ich könnte jetzt hier zum beispiel die die fox ist gleich hier 11 us ct umtauschen ich werde das aber anders machen und zwar hat man die möglichkeit dass auch eine börse zu schicken also zum beispiel in dem fall hier geht also ich kann auf meiner exchange gate io kann ich foxys empfangen das werde ich tun das heißt hier kann ich dann eine andere werbung umtauschen ja und von daher werde ich den weg zumindest gehen ja fox sie auch bei kein market cap zu finden die währung gesetzt ja hier hier seht ihr auch noch mal die märkte das heißt bei ok x zum beispiel geht dabei mit q coin bing x coinex sind schon große börsen dabei wo fox sie gehandelt werden kann ja nur wichtig ist damit das funktioniert müsst ihr euch auf jeden fall ein bisschen was rein britschen damit die transaktion auch durchgeführt werden kann ja von daher an dieser stelle ich möchte das video nicht extrem in der länge ziehen guckt einfach mal bei metamask rein bindet euch linear mainnet rein und guckt einfach mal ob auch ihr die 5000 fox sie eventuell abgegriffen habt ich weiß es nicht wir sind auf jeden fall mit zwei wohl jetzt dabei ja vielleicht ist der eine art von euch mit dabei ich denke doch schon mal dass der ein oder andere von euch dann noch ein foxys oder foxys abgegriffen haben kann hauscht es um behalten das hotel das macht damit letztendlich was ihr wollt ja und ja wir sind auf jeden fall ich sag's mal so überrascht gar nicht mitgekriegt den airdrop und ich wollte es euch noch mal präsentieren zum sonntagabend falls der ein oder andere von euch natürlich davon betroffen jetzt was ich natürlich auch ein bisschen hoffe ja damit halt eben im crypto space ein bisschen vorwärts geht ja ich möchte das video nicht weiter eine länge ziehen ich bedanke mich auf jeden fall bei euch fürs zuschauen mit glück seid ihr mit dabei ansonsten dranbleiben jungs und mädels da draußen ich bedanke mich bei euch schönes rest wochenende bis die tage bis später bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal